Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler! In diesem Video werde ich euch was erklären, aber ich sage euch erst nachher, um was es geht. Zuerst einmal hatte ich nämlich eine Aufgabe dabei. Es ging um Katze und Hund und die Katze wollte auf gar keinen Fall den Bereich betreten, in dem der Hund sich bewegen kann. Der Hund war nämlich mit einer Leine an der Laterne am Punkt M festgebunden und er selber, der Hund, konnte sich nur so weit bewegen, wie die Leine halt quasi es zugelassen hatte. Wenn wir uns das jetzt mal genau anschauen, dann ist es wahrscheinlich leichter, auf den Hund hier in der Zeichnung zu verzichten. Wir schauen uns mal an, wo der Punkt H, also der Hund, überall hin kann. Nun, der Hund, der kann quasi ja in den inneren Bereich locker rein, ja, er kann sich hier hin bewegen, um den Punkt M herum, die Leine würde dann relativ locker sein. Das heißt, spannend ist es eher zu erwarten oder zu überlegen, in welchem Bereich kann er denn maximal hin, also wenn quasi die Leine gespannt ist. Da ist ein Punkt natürlich, da wird er weiter gespannt und so weiter. Wenn man das jetzt mal aufzeichnet, dann entsteht bei der Grafik oder bei dieser Zeichnung exakt ein Kreis. Also wenn der Hund quasi um die Laterne herumläuft, gehen wir mal davon aus, dass er die Leine nicht verwickelt, dann entsteht ein Kreis oder eine Kreislinie und der stellt ja quasi genau den Bereich da, in dem sich der Hund bewegt. Denn alles, was hier dazwischen ist, das kann er natürlich auch erreichen, aber das ist bei einer gespannten Leine der Bereich, den er maximal erreichen kann. Nun, jetzt machen wir das Ganze einfach mit einer dünnen Bleistiftlinie mal nach, weil so wie wir es gerade dick gehabt haben, hat man es ja kaum sehen können. Wie zeichne ich jetzt diese Bleistiftlinie? Was ich dazu brauche, um so einen Kreis zu zeichnen, also den Bereich, den der Hund gerade mal so erreichen kann, ich brauche einen Mittelpunkt und deswegen hat dieser Punkt hier auch M geheißen. Ich steche mit der Spitze vom Zirkel hier in den Punkt M ein, drehe dann hier an diesem Schräubchen so lange, bis das zweite, also da wo der Bleistift rausschaut bei dem Zirkel, an dem Punkt H antritt und dann drehe ich diesen Zirkel so lange, bis eben der Kreis entsteht. Ganz wichtig, dass diese Spitze immer in Punkt M und zwar an der gleichen Stelle eingestochen wird. Da muss man ein bisschen üben, das könnt ihr mal daheim ausprobieren, aber dann kann man eben diesen Kreis zeichnen. Also um das, was es heute geht, das ist der Kreis. Das, was quasi der Hund erreichen kann, maximal den Bereich, der wird hier mit einem Kreis beschrieben und das liegt daran, dass quasi seine Leine an einem festen Punkt ist und er sich drum herum kreisförmig bewegen kann. Da gibt es aber einige Begriffe, die wir hier noch kennenlernen müssen. A, das ist einmal die K, klein K und das steht für die Kreislinie. Also das Graue, was wir hier sehen, ist die Kreislinie, das, was er maximal erreichen kann, der Hund. Es gibt, wichtig bei einem Kreis, immer einen Mittelpunkt, ja, um den sich alles dreht. Das ist in dem Fall der Punkt M. Man bezeichnet den meistens mit M, manchmal gibt es aber auch andere Bezeichnungen. Wichtig ist hier auch der Radius. Der Radius ist gerade die Strecke, der hier quasi beim Hund die gespannte Leine wäre. Das heißt, man könnte es auch ein bisschen anders formulieren, die Entfernung eines Punktes der Kreislinie zum Mittelpunkt M. Das heißt, ich kann auch jeden anderen Punkt nehmen, zum Beispiel den hier oben. Wenn ich den jetzt hier mit dem Mittelpunkt verbinde, also mit einem Lineal verbinde, dann entsteht wieder ein Radius. Auch hier entsteht ein Radius. Das heißt, sobald ich irgendeinen Punkt auf der Kreislinie nehme und den mit dem Mittelpunkt verbinde, dann ist das der Radius R. Der Radius R war in meiner Geschichte die Leine vom Hund. Und das ist ja auch klar, dass die Leine vom Hund hier genauso lang ist, wie die Leine vom Hund hier. Immer dann natürlich davon ausgehen, dass es gespannt ist und es sich nicht um die Laterne herumgewickelt hat. Es gibt noch weitere Begriffe. Das, was hier blau dargestellt ist, das ist ja quasi einmal durch den Kreis durchgeschnitten durch den Punkt M. Das nennt man den Durchmesser D, klein d. Und da soll ja bestimmt schon drauf kommen, der Durchmesser D, das ist gerade zweimal der Radius. Also in dem Fall zweimal meine Leine. Einmal von einem Punkt hier bis zum Mittelpunkt und das gleiche vom Mittelpunkt wieder zu einem anderen Punkt auf der anderen Seite. Das muss zweimal der Radius sein. Also wenn man vom Durchmesser spricht, immer im Hinterkopf haben, das ist zweimal dieser Radius, den wir vorher kennengelernt haben. Kreisfläche habe ich jetzt hier nicht anders markiert als weiß. Denn alles, was quasi hier im Inneren sich abspielt, also der Bereich, den der Hund quasi erreichen kann, ohne dass die Leine gespannt ist, das gehört auch zur sogenannten Kreisfläche dazu. Also Kreisfläche ist quasi alles das hier. Die Kreislinie war nur das Graue. Und zum Schluss schauen wir uns noch den sogenannten Kreissektor an. Was ist das? Das ist ein Bereich, den man ausschneiden kann wie so ein Kuchenstück. Das heißt, wir schneiden an zwei Punkten hier und hier einfach zur Mitte, zum Mittelpunkt M und schneiden ein Stück Kuchen aus. Das nennt man einen Kreissektor. Ich hätte aber nicht unbedingt an diesen zwei Stellen schneiden müssen. Ich hätte auch hier schneiden können und hier schneiden können. Dann wäre hier auch ein Kreissektor entstanden. Übrigens, durch ein Ausschneiden entstehen immer zwei Kreissektoren. Einmal der hier pink markierte und einmal natürlich alles, was dann noch übrig bleibt. Auch das ist ein Kreissektor. Dann auch hier habe ich zweimal zur Mitte geschnitten. Insgesamt, die Schreibweise für einen Kreis ist immer so. Kreis klein k, also Kreislinie, geht um den Mittelpunkt M. Der kann manchmal auch P heißen oder R oder S mit Großbuchstaben. Und es geht um den Radius R gleich zum Beispiel 5, 6, 7 oder 8 cm. Das heißt, wenn ihr einen Punktkoordinaten M bekommt und den Radius bekommt von 3, 4 cm, könnt ihr euren Zirkel anstechen und könnt eben den Kreis suchen, der hier gesucht ist. Allgemein schreibt man eben Kreis um den Mittelpunkt M mit Radius R. Was haben wir also heute gelernt? Heute haben wir den Kreis kennengelernt und alle seine Eigenschaften. Die Kreislinie, die Kreisfläche, der Radius, der Durchmesser und den Kreissektor. Das war's. Bis zur nächsten Stunde. Tschüss.